Musik Autsch Das war sehr gewagt, aber ich hab's geschafft So So, weiter ausleuchten hier, hui So Und dann geht's wieder zurück Haben wir gleich geschafft, haben wir gleich geschafft Ich bin nur noch umgekehrt drei Meter hoch Äh Äh Endermann-Pan hab ich leider auch nicht, gell? Dann wäre das ein bisschen einfacher Aber Was willst du tun Was willst du tun? Was willst du tun? Ist das mal die unnötigen Fackeln weg? Das sind zum Beispiel... Dann der Kies weg So So Käse ist wieder gut aufgefüllt Uh Dann haben wir hier So Äh Äh Lehm haben wir hier noch Da wird's dann auch schon wieder auf Da wird's dann auch schon wieder auf Ein Instrument der Vernichtung Dann haben wir hier noch Bäume Bäume Jetzt reichen die Bäume nicht mehr aus Tada Wolle Sand und Stein Wolle Uh Hier Sand war hier hinten Das weiß ich noch Sand und Stein war Hier Sand und Stein war Sehr schön Tadaa So Oh es ist so nervig da hin und her zu laufen Aber es muss leider gemacht werden So Es muss leider gemacht werden So Dann haben wir nämlich immer noch so Zeug überall Und ich glaube ihr wollt Es ist einfach wenn man einmal So hin und her rennt in 200 Folgen Und dann mal eine gewisse Grundordnung reinbringt Also wenn man dann wirklich am Ende Da machen wir erstmal 300-400 Folgen nicht mehr Dann rennt nämlich spätestens in 300 Folgen renne ich dann rum Und renne einmal nach da Dann nach da hinten Und nur um zwei Dinge zu beschaffen Weil ich jedes überall gelagert habe Und vielleicht noch nicht mal mehr weiß wo es liegt Dann renne ich noch zweimal falsch Bis ich es dann letztendlich gefunden habe Und das will glaube ich gar keiner von euch so was Das wäre dann nämlich wirklich belastend Darum lieber mal so ein Ding hier machen Ich würde ja auch sagen ich mache daraus eine lange Folge Kann ich mir aber momentan auch nicht leisten Weil ich momentan ein bisschen unter Aufnahmedruck stehe Ähm Ja Ja Darum ist auch das ein bisschen schwer Ja Okay Okay Go 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 Das kann zum Beispiel da hin Dann kann das zum Beispiel einfach mal hier hingekflanzt werden Tada Da ist nicht ganz so voll Dann Dann Das ist zum Beispiel Müll Auch das kann hier bleiben Auch das kann hier bleiben So gehen wir mal was mal anders kurz durch Ob wir hier auch noch mal was doppelt haben Dann kann ich noch mal was Was ich schon habe Den Zauern hatte ich schon mal Den kann ich das zum Beispiel mal nehmen Und Siehst du zwei Hühner Vier Hühner Jetzt sind wir jetzt auch hier oben von Hühnern Tadaaa herzlichen Glückwunsch Noch irgendwas doppelt Kann ja nicht sein, dass ich so verehrte Mist hier oben habe. Falte kann auch hier bleiben, das kann hier bleiben Das ist alles kleine Mist, den kein Schwein braucht. Auch das da Dann kommt das Glas mit runter Tintenbeutel Kommt die Wolle mit runter. Pilz haben wir auch Hoch Blockbench kann hier bleiben Äh Ja, ja, das machen wir noch so Puh, 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 puh Der Rest muss schon eigentlich mit... Naja, es ist Es ist so schwer So schwer So So Gironimo Puh 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 Oh, das passt schon Lalalala 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 Tintenbeutel Tintenbeutel Zwei Stunden habe ich noch, okay Tintenbeutel 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 Erde Erde Das Stein gewesen Auch das Erde Stein, Stein 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 So dann habe ich hier noch eisen der ganze glasmus kommt hier hinter na nun wo kam denn glas hin habt ihr irgendwo was mit glas gemacht ist auch ganz gut dass wir das hier sie machen weil mit den ganzen glas scheiben wird unten die kiste wahrscheinlich gar nicht mehr ausreichen deswegen ist es gut dass wir das jetzt hier rein machen glas sortieren ja okay machen wir es halt so aber dann möchte ich gerne das unter das haben und das ist hellblau und das ist blau das heißt das kommt dahin so und das kann da von mir aus ruhig ja immer die reihe rum und das kann so okay dann haben wir jetzt noch andere rohstoffe tada läppisches glas zu lieben redstone wolle wolle das da schienen kam hier hinter irgendwo fackeln lampen durch den tim stein truhe mit wirkbänken schilder zu leute und türen habe ich hier noch irgendwas nicht doch 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 zäune habe ich holztreppe habe ich und ich glaube die schienen kann mir hinter irgendwo papier und bücher eisen schiene bücher kommen einfach mal jetzt hier rein davon und hiervon viele schleimbälle na gut warum nicht das kommt auch da rein wolle kommt hier rein rüstung kommt hier rüber redstone kommt hier hin die lässt sich wackeln durch jetzt auch hier rein die sattel haben wir noch der kann mit da rein hier haben wir auch noch eine eiserne pferderüstung ok und dann habe ich jetzt nur noch mein essen so dann mache ich jetzt noch einen gang darüber da sollte ich reichen um alles was wichtig ist noch mitzunehmen und dann müssen wir schauen wie lange ich die aufnahme noch fortsetzen denn ich brauche auch noch league of legends muss auch noch aufnehmen innerhalb von zwei stunden das heißt wahrscheinlich wird es danach die aufnahme erstmal passiert doch muss pausieren muss pausieren muss aufnahme die immer sofort kleine hässliche hüter entstehen ich frage mich immer noch wie die kuh da raus gekommen ist aber na gut das lasse ich ihr mal ihre sache mal sein so haben wir in dieser vollaufnahme gleich irgendwas anderes geschafft außer aufzuräumen ich überlege gerade habe ich irgendwas am anfang gemacht was wichtig ist ich habe gezeigt wie die mauer aussehen soll dann habe ich blumen gepflanzt dann habe ich aufgeräumt naja egal hauptsache wir schaffen irgendwas und das gehört nochmal dazu momentan verbrauchen wir ja sowieso sehr viel wir machen wir machen wenig das ist so ein bisschen das muss man auf jeden fall noch Oh katzel Bakke essrebbe ich gerade alles mit was ich vorher unnötig abgestempelt habe dass das ist das dasss das dass dass das those dass dass so noch so dass äh das 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 passt alles nicht mehr passt nicht mehr passt nicht mal was nicht mehr okay dann habe ich das unnötigste so ein bisschen hier gelassen jetzt haben wir nur ein was hier siehst du äh dann kann ich vielleicht mal die hier mitnehmen die sind irgendwie wichtiger meiner meinung nach so wichtig weg getan so super und dann geht der letztes mal jetzt zum lager zurück was für eine freude ja wenn ich nicht vergesse dann mache ich in der nächsten aufnahme dann die schafzucht dass wir wenn wir zurückkommen dann auch eine ordentliche schafzucht vorfinden und falls wir was mit wolle machen wollen 200 folgen vielleicht habe ich mir bis dahin irgendwas überlegt was wir wollen gemacht wird oder wenn wir oben die das ding fertig bauen wollen wenn wir irgendwas zu bauen wollen dann habe ich da auf jeden fall eine ordentliche schafzucht also ich hoffe es vergessen nächste folge nicht weil mit der stadtmauer als anzufangen schon könnte ich tun würde mir aber jetzt wenig bringen deswegen dass ich das mal aus genauso wie mit dem haus anzufangen oder jetzt noch mal zu warten bis das feld fertig ist das andere haus habe ich für farben schon was für farben bevor habe ich gar nichts ich überlege ich glaube ich mache das so dann kann ich mich hier runter noch mal sechs vor dinger machen vor ein paar böse und evil wie ich bin hier rein sind ja nur zwei höllen zeug habe ich noch ein bisschen hier habe ich noch never quads normales sonst habe ich dann nichts tierisches zeug habe ich hier noch ein bisschen was dann habe ich hier noch und dann habe ich hier noch ein bisschen davon warum auch immer ich dass die tierische jetzt gemacht habe ich mir aber relativ egal als gerade vielleicht das platzmangel kaktusgrün ok brauchen wir uns hier nicht kakaobohnen habe ich noch die müssten theoretisch auch hier rein ok kaktusgrün kann mit in die farbenkiste dann haben wir noch glowstone staub dann haben wir noch lapis lazuli dann haben wir noch goldnack dann haben wir hier hinten rein dann haben wir noch werkzeug das kommt hier rein rüstung kommt da haben wir noch was moment so dann haben wir never ziegel die kommen noch mit hier hoch spinnseide dann haben wir noch pilze und bäume dann haben wir noch verschiedenes glas glas war hier genau glas 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 so ziehen wir mal so kommt egal was dazu wolle 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 sandstein ist doch richtig gell genau sandstein feiler habe ich noch ja hühnchen dann haben wir hier einmal unsere ganze diamantausrüstung so ein schwert eine axt zweite axt dritte axt genau was wir jetzt auch machen das da das da zwei bögen was zu essen und ein steckpfeiler jetzt habe ich die händchen weggeschmissen ja meine freunde das war's bis zum nächsten mal ich wünsche euch noch einen schönen tag und ja ich will es beim nächsten mal tschüss jetzt 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 jetzt